Joke, das ist das vierte Mal! Es reicht jetzt! Ja, schon wieder noch eine Ehrenspende an Bowser, damit er seinen Palast bauen kann. Alter, das ist... Ach, Joke! Das ist wirklich einer der schlechtesten Mario Party Maps, die ich je gespielt habe. Yeehoo! Nein. Nein. Ich habe auszusehen, Regeln... Ne, was? Oh nein. Was? Wo sind wir? Was habe ich gemacht? Komm zum Brettspiel. Nein! Stopp! Zurück! Juchu! Wer kommt mit? Peachy? Mario. Okay. Aufschwer! Ja? Ja. Ja. Versuch mal aufschwer. So. Verstehe auch nicht, warum mir DK die erste Map ist, die angezeigt wird. Ich meine, ich kann genauso gut Mario die erste Map sein. Ja, dankeschön. Ja, welche wollen wir machen? Ich wäre für das DK-Brett. Okay, dann machen wir DKs Dschungelabenteuer, warum nicht? Warte, ohne DK? Ja. Ohne Kinky Kong. Ja. Ja. So wie in den späteren Mario-Partys, wo er einfach fehlt. Na, dafür gibt's ja Toad. Toad ist ja auch ein Good Boy. DKs. Jungle. Adventure. Auf der Map ist es extrem wichtig, erster zu sein. Bissig's nice. Also, als erstes zu ziehen. Und das wirst du gleich am Anfang merken. Jo, Leute, Mann, ey. Das ist ein großer Amazonas-Dschungel. Passt bitte auf. Oh, da geht's gleich im Keller und so. Oh, wow. Oh, nicht letzter. Aber sehr gute Karten. Yoshi als dritter und Mario als letzter. So ein Mist. So, wie war das hier nochmal? Der Stern wandert. Oh, direkt beim Buhu. Wahrscheinlich kann man im Grunde von oben lang, oder? Gute Nacht. So, und jetzt wirst du das Beschissene sehen. Ich geh jetzt einfach hier oben. Und wenn ihr auch weiter wollt, wenn ihr auch weiter wollt, müsst ihr dem 10 Münzen zahlen. Alter. Nee, nicht 10 Münzen. Ich glaub, das ist weniger. So, 10. Echt? So, 10. Okay. Du bist halt ja unfassbar schnell unterwegs. Ich hab keinen Bock, Geldsatz zu geben, ne? Okay, er will schon. Der Geldsack. Er ist halt offene Geldsack. Das ist halt das Dumme. Wenn du jetzt da lang willst, musst du erst mal all dein Geld abgeben. Alter, 10. Wirklich. Und dann kannst du trotzdem nicht weiter. Joga hat er umsonst ausgegeben jetzt. Nein, es gibt links noch einen anderen Weg. Aber jetzt bewegt er sich. Ja. Also, letzter zu sein ist aber auch nicht schlecht hier. Nur mittendrin zu sein ist nicht so schön. Ne, wenn man den bezahlt, geht der immer wieder zurück. Der wechselt nur seine Position, wenn man an dem vorbeiläuft. Ja. Aber... Wario hat den unten ja bezahlt, deshalb steht der immer noch vorne und wir müssen den immer noch bezahlen. Kann ich übrigens kurz sagen, dass das Minigame absoluter Rotz ist? Danke. Das wollte ich nur kurz sagen. Das funktioniert einfach mit unseren Sticks, ne? Alter, das war so close. Das kannst du dir nicht ausdenken. In welcher Richtung wir entgegen den Uhrzeuge sind, ja. Ein Cent, cool. Wie hört er auf? Wann hört er auf? Ja, toll. Das hab ich nicht. Oder, 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 oder. Ah. Hey, ich hab gar nichts. Man muss an den Dingen vorbeizahlen. Junge, ich hasse... Komm schon. Ach, Jürgen. Das ist doch so lächerlich. Ey, ja, da sind zwei nebeneinander und ich krieg keinen, natürlich. Komm, einen Cent. Ey, ey! Nein, mein Cent! Mein Cent! Hast du das gar nix gekriegt? Ja! Siehst du mal, wie schlecht das für mich lief? Oh, Mann! Facepalm! Gefahr, Arion! Wie hast du uns einen Bart gezucht? Toll! Ich stehe jetzt erst mal direkt weg, oder was? Tschau, Mützi! Kein Beruf für dich! Ja, wow! Und ich komme nicht mal mehr zum... Junge! Wie weit! Man kommt direkt zum Start zurück! Warte, Space Station war in diesem Spiel, oder was das andere? Nee, sag mal die zweite. Das war Mario Part 2. Ah, verdammt! Aber da gab es ja auch so was ähnliches mit den Fahrzeugen. Das hat immer nur eine Straße weggeschickt und nicht das ganze f***brett. Ja... Was macht der jetzt, Alter? Das ist schon mal gut! Kann nicht so viel passieren. Haha, ich bin eine große böse Bowser! Man kennt mich vielleicht aus meinem Film! So, jetzt wird etwas Großes passieren! Große Chance! Ob wir alle gar nichts besitzt! Haha, das wird richtig spannend jetzt! Los geht's! Das ganze Spiel sich jetzt noch verändern! Wem wird da jetzt? Das ganze Spiel wird schon Mario abgebildet! Irgendwer wird da das Geld klauen! Irgendwer wird da Geld verlieren! Ich hoffe nicht, dass ich sein werde! Mario gibt eine Ehrenspende an den guten alten Pausen heran! Das ganze Geld, der ist pleite! Ja! Er ist uns halt im wahre Land 6, oder? Ja! Um das ganze Geld wieder zu sammeln! Oh, er ist bestimmt seinem Team, es ist bestimmt ihm helfen! Also, ist es das mit dem Torpedos? Nee! Nee! Das ist anders! Nee, das ist was anderes! Du, 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 du! Was? Oh! Schwimmen! Bildet die Schatztruhen vom Meeresgrund! Drückt A, um zu schwimmen! Dreht den Stick zum Einholen! Zum Einholen! Boot bewegen! Bewegen! Ah! Du kannst die ganz großen Schatztruhen unmöglich allein nach oben schaffen! Jemand muss dir helfen! Ja! Ich muss schwimmen! Okay! Ich muss nicht schwimmen! Du bist Angler! Du bist Angler! Achso! Erst nach oben drehen, wenn der was hat! Okay! Hallo! Was macht der? Der holt direkt die ganz große! Alter! Und jetzt drehen! Ich geh auch nochmal sicher lieber! Boah! Der kenne Luft mehr, der Alte! Wie schnell muss ich denn drehen? Wann geht denn die Luft aus? Ey! Ey! Ich will die auch haben! Geld! Was macht der? Da ist nichts, man! Oder? Alter Junge! Irgendwo da ganz hinten! Ich muss so schnell drehen, bevor der absäuft! Der fette Kerl da! Oh! Cutman! Warum musst du das Falschgeld in deinen Popo stecken? Was? Hab ich immer's gesagt? Nee! Du bist nicht so zuチözen! Du bist so zu! Nein! Wie lange geht denn das mini-Game? Alte! Du kannst ja richtig Geld farmen! Jetzt musst du mal ein Vario noch blockieren… Aber das war's. Ja, das war's. Ah, aber mein Arm. Boah, ich habe mit der Hand in den Flaschen extra gedreht. Einfach gegen die Message. Boah, 11, damit kann man auch mitleben. Hä, wir haben alle 11 bekommen, oder? Ne. Ne, ihr habt 16. Oh, schön. Hab genug für einen Stern. Nur war ich nicht. Oh, cool, der gibt mir noch was. Gibt er nämlich 20? Ne, 10. Ich meine, irgendwann hat er eine 20 gegeben. In den letzten Runden gibt's ja 20. Alright. Und wenn man als Zehntag vorbeikommt, gibt er auch... Oh, den haben wir uns ja letztes Mal gekauft. Ja. Ja, und jetzt musst du's in Action sogar sehen. Der geht jetzt weg. Und dann kommt er direkt wieder zurück. Ja. Was hat die vor? Hä? Die ist auch schwer, ne? Die hat irgendwas vor. Okay, vielleicht wär die auf Fragezeichen gelandet. Achso, vielleicht heutzut ihr das nicht. Ja, gut, das kann sein. Na, okay. Die Zermaitan! Du kannst gerne bezahlen für mich. Oh, oh, Mario. Der kommt dann eh wieder zurück. Oh nein. Muss jetzt Arsbam wieder? Ne, du, du bist wahrscheinlich... Nein, die kann man noch, die kann man immer noch nicht Arsbam. Also, ich vergesse das immer, weil wir nebenbei Mario Party 2 spielen. Das bessere Spiel? Ähm... Alles in allem... Joaah! Hä, wieso öffnet sich das? Warum ist das so... Was? Über 20 Münzen hat, kann man da runtergehen, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Das ist doch Bowser, warum willst du da runter? Ja, das bleibt ja. Das glaub ich immer Bowser. Das macht keinen Sinn, Mann. Was das denn? Wirf die Schatztour so in eine Röhre, dass sie zu dir runterfällt. Also, ein Wirkspiel. Ich muss das machen. Mario, darfst du das machen? Schau dir das vorbeiscolgende Röhrenlabyrinth gut an und such dir einen Weg. Ah, ja. Das ist halt so schnell, das kann ich sogar nicht laufen, Alter. Auf dem Image sah es so klein aus. Aber hier jetzt wahrscheinlich nicht... Nee, Alter! Hm... Bestimmt ist es... Ja, ja, genau da. Das wollte ich auch machen, genau. Ja, reingeschossen. Ja, das wird nix. Was ist das? Was wird das? Was wird das? Komm, was wird das? Dann geht das? Ja, toll. Wer hat das? Wer hat das, Peach? Ich hab's! Let's go! Hätte ich mich da überhaupt treffen können? Finneisch! Finneisch! Natürlich nicht, dass du da durchkommst, ohne zu bezahlen. Ah, ah. Das ist so seltsam, dass du keinen eigenen Preis einstellen kannst. Das haben die ersten Mal heute zwei gemacht, ne? Ich mach das jetzt bewusst. Für einen Fragezeichen-Stern? Ja. Das ist das zweite Mal jetzt, ne? Mhm. Ja, damit hast du den bisher, aber es ist auch noch nicht so lange. Ich find's lustig, wie die zwar immer abhauen in eine Richtung, aber die achten immer darauf, dass sie schön mittig und gerade laufen. Ja. Sie gehen so nach links und rechts so, damit sie noch schön die Felder überqueren mittig. Das find ich lustig. So. Nein. Ja. Tja, wo willst du lang, Mike? Na ja. Nach oben. Ja, dann musst du den bezahlen. Wenn's sein muss. Ja, Mann! Bezahl mich, Mann! Geil, Mann! Gekluppt! Vor allem auch direkt am Stadion. Was ist das für ein f***ing Level zu sein? Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also das ist wirklich... Und ich dachte schon, die Spirale bei Mario wäre langweilig und schwach. Aber das... Reisen nach Jerusalem, äh, nach Toad City. Jaha! Ich mag das im Real Life. Reisen nach Jerusalem, aber... Ich finde... Das hier... Junge, bei mir war ein Feld zu... Wie ist denn so schnell? Ja, sie hatte Glück, dass bei ihr nix im Weg war. Guck, wie Yoshi da so ganz brav sitzt. Das war lustig. So, Mario! Was soll'n' das? Ich bin so offensichtlich, dass das jetzt passiert. Moses, geh mach'n! Geh mach'n! Tja, Mitzi. Ja, mir kriegt alles weg. Bisschen Patte. Zehn Münzen nur. Kriegst du sowieso, wenn du nächste Runde beim Start wieder bist, dann Geld. So schlimm ist es auch wieder nicht. So hätt' ich zehn Münzen mehr gehabt. Jetzt von mir, oder? Achso, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht Spann. Ja, mach ruhig. Reicht jetzt! Hallo! Boah! Boah! Too much! Tja, entweder zehn Münzen verlieren oder drei Münzen verlieren. Entscheide ich. Drei Münzen verlieren hat sich besser an. Das ist so langweilig, dieses Brett. Das ist so langweilig. Ja, dieses Spiel ist langweilig. Das einzig Guter in diesem Brett ist die Musik. Ich finde es auch immer noch so schade, dass es hier auch gar keine versteckten Blöcke gibt. auch nicht das ach komm nee ja wir wissen dann wie es geht das ist kacke das spiel du darfst jetzt nicht rein scheißen ja sind wir im team ja ich weiß das erste nicht ach so sorry ich hab doch gedrückt ich nicht wir haben glück wir haben glück wir haben extra von uns gewartet trotzdem weitermachen wir sind vorne wir sind leicht vorne daher ist es viel besser aber komm mit zwei menschlichen spieler ist auch viel einfacher als mit zwei cp ist auch schwer endlich mal warum gehaust joshin nach hinten oha die kriegen so was abgezogen das ist halt so dumm dass sie da geld für verlieren das ist wie in mario wollte ich wollte dass du deine zunge raus sprichst ok wo geht's lang peachy ja das wird aber echt teuer man wie auch so steht nein kostenlos das ist schon das dritte mal browser das dritte mal was soll das okay was wird so noch hier willst du vielleicht umbruch geld aufteilen oh ja ich kann nicht immer nur böse sein der browser umbruch ich hab drei cent verloren oh nein das ist jetzt gleich auf rot gelandet ich bin auf rot gelandet ich habe nicht genug geld um sich den stern zu holen also noch nein kostenlos das sieht so aus als würde wann das antwort geben das ist das vierte mal das reicht jetzt was wollen wir mit bowser kuscheln mann kommen die massen zumindest für ein schönes mini spiel haben kommen die massen knallfall voll geil das passiert jetzt aber das ist alles ich will alle spielen mit in die regel anders 20 münchen jeder den pumpen jeder der verliert 20 münchen ja da bin ich gut drin ja das gewonnen das krieg ich nicht das kann ich nicht machst du mit a und b tatsächlich das ist so seltsam die steuerung du bist du hast geworden das war uns an sich münzen angeklaut ich kann das überhaupt nicht diese wie schlecht ich bin viel schlecht jetzt ändern ich hasse diese steuerung ja es vorbei aber klappt ja stimmt nicht so gut diesmal sind wir umgekehrt ist umgekehrt was muss ich machen okay gedrückt halten oder spam spam ok so peach bitte mach keinen fehler ich muss ja im gegen den nur zeugersinn tja peach was aber jetzt blöd kann ich mit schwimmen nach oben ja hallo ja das war so close warum kann ich nach unten abhauen das macht keinen sinn warum kann ich das hallo einfach aufgegeben kurz ich kann her mehr den knopf hämmern als du einfach die kiste nämlich eh schon bei uns ist es ist so dumm die frau die zeigt auch nicht dass ich hinterher schwimme ne ich dachte hier wäre noch ein ne ist nichts habt ihr selbst all right 1 cent aber auch ganz oben so jetzt habe ich wieder genug für den stern auch wie sie heult aber vario immerhin nicht wie sie heult ja hat sie verlieren muss ich mal über ihre taten nachdenken ne danke kuchen also keine cutscene mehr es wird nur direkt der text gesagt dass du Geld bekommst ok ja das sind wir nur bei der ersten bei mir aber ich muss immer zahlen ich bin das reicher als wir alle das richtig krasses business model was er dort hat kittisch ja nicht denn sie ist aus of plight weil sorry pg verkaufen dann stadt dann schloss recht hat genug geld dass Sie jetzt auch ziemlich gut ist ja zu spät Hey josh tiefer und das geld klaren ja machen mario Hey, du hast viel. Was sind das? 40 Winz? Wer soll ich denn sonst klauen? Ich hab nichts getan. Hast du auch nicht. Irgendwann muss doch anfangen mit dem Spieler rein. Ok, jetzt merke ich mir. Oha, nein, 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 nein. Oh, oh. So, jetzt bitte einmal aussetzen. Nein. Doch. Nö. Ich weiß, das Timing hier. Das ist das Gute. Oh. Ja, das Spiel will nicht, dass er den Stern bekommt. Wow, Mario, ey, hast du gestern auch so viel Schatzabenteuer, aber du bist trotzdem pleite, Mann. Das Geld hat direkt für Drogenbudgets aus, ne? Kann man nichts machen. So, höh? Weil ich einen Cent mehr hab, Junge. Der ist aber lustig, der Typ. Ja, typisch Mario halt, ne? Ja, nicht so viel, ne? Oh, ich dachte gerade schon. Puh. Mach mal Pause, hab ich gar keinen Bock. Kugelchaos! Nee. Kippelige... Oh, kippelige Hand. Warum willst du draw? Weil ich zeichnen will. So. Viel Glück. Ich wünsche euch, ich wünsche euch allen viel Glück, was er hat. Peter nie ist schlecht. Guck mal, ein Fragezeichen hab ich gemacht. Also teilweise. Das bin ich amofus gemacht. Nein, das würde ich niemals tun. So einer bin ich nicht. Komm, eins noch, eins noch, eins noch, yes! Ich weiß halt einfach, dass du es immer so schnell machst. Ich weiß halt nicht, wo du die Probleme hast. Wollte ich mal halt dann im Editing schauen. Ich kann das einfach nicht einschätzen, wie der Panzer hat und Gold. Mario schämt sich. Er hat so viele Jahre auf Kugel-Panzer geschossen. Er wird sich auf dem Fragezeichenfeld dann noch mal ne Runde drehen. Nee, weil du jetzt beim Stern bist. Ja, ich brauche aber noch ein bisschen und könnte ihn auch noch verlieren. Eigentlich hast du den eh. Und es kann ja immer noch sein, dass der Stern als nächstes zum Anfang geht. Also du hast auf jeden Fall schon mal einen Freizeichenstern. Hast du schon das vierte Mal hier. Ja, die folgen immer schön in den Feldern. Ja. Von wem wird jetzt Geld geklaut? Wir haben jetzt beide den ersten Platz. Von mir 100 pro. Doch nicht. Weil du Spieler 1 bist. Echt? Meinst du wirklich? Weiß ich nicht. Fünf Cent. Mehr gebe ich dir nicht. Okay, es waren jetzt sechs Cent. Ich habe trotzdem noch genug Geld für einen Stern, das reicht. Und jetzt sind die ja alle hier am Anfang. Ja, siehste? Siehste? Ich kriege den immer noch nicht. Oh, ist das langweilig. Ja, wir kommen bei Mario Party 1. Ja, aber es ist vielleicht nur dieses Brett. Das Yoshi-Brett war überhaupt nicht langweilig. Yeah! Hammer werfen. Ich gucke nie drauf, was eigentlich kommt. Ich gucke immer nur auf die Bilder am Ende. Dekke sammeln. Ja, nicht sich vom Hammer wischen lassen, I guess. Hey. Na? Ey, ja komm. Auf deinen Kopf. Oh, bei mir auch. Hab ich ihn? Das kann so sein. Ich weiß es nicht. Ey, der Sack hat mir den weggeschnappt. Ja, deshalb ist er auch ein Sack. Okay. Nein. Alle rennen in den Abgrund dafür. Alles Fake-Patte. Und dann eine Cent? Oha. Wollt sie nicht. Uff. Ich hab den Münsterk nicht bekommen. Hast du wahrscheinlich von mir weggekrallt. Ja, was soll's. Hab ich mein Geld wieder zurückgemacht von... ...Vario mehr oder weniger. Wenn ich von Mario von Peach. Alter, das ist die perfekte Ausgangsposition gerade für mich. Okay. Jetzt werden wir sehen, was sie macht. Geht sie nach links oder bezahlt sie? Sie bezahlt. Ja, den ersten musst du immer bezahlen. Der zweite ist nicht so wichtig. Aber ganz ehrlich, selbst wenn du unbedingt auf deiner Map ganz am Anfang so ein Wompel machen willst, dann mach die noch zumindest irgendwie drei, fünf Münzen. Aber nicht zehn. Komm schon. Ja, heu rum, gib mir das Geld. Oha. Drei Stück auf der Map von denen, oder sind dann noch mehr? Das sind auf jeden Fall zu viele. Ja. Das schon. Ja, das ist cool. Ne, komm mal, die Yoshi Island Map. Der hat ja auch zwei Forms und die muss man bezahlen. Je nachdem, wie viel du möchtest. Das waren Steinblöcke. Ach so. Die runterfallen. Oh. Die muss blauen. Okay. Äh, ja, das Minigame sieht schön aus. Schön bunt, aber... Es ist nicht schön. Among Us in real life. Sas, 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 sas. Among Us, sas, sas. Duh, 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 duh. Bonk. Ja, ich steh schon direkt drauf. Ciao, Mario. Ciao. Lächerlich. Ich komm mit. Karma. Wieso? Der hättest auch einfach stehen bleiben können. Ich hab doch gesagt, ich komm mit. Oh. Oh, das weiß sie davon. Jetzt wirst du das ausweichen. Einfach stehen bleiben. Warum kann man nicht punchen? Okay, wir haben ja schlecht zur OP. Ja. Das Spiel haben sie aber auch in... Hä? Was ist passiert? Der hat doch eine Stammattacke eingesetzt. Warum wurde der weggeschoben? Ja. Das beweist mal wieder. Hier in Mario Party 1 bei diesem Minispiel. Niemals angreifen. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Nee, kommt immer auf die Situation an. Mit der Zeit habe ich eigentlich... Ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt nochmal eine Runde drehe. Eigentlich würde ich lieber hier so landen. Weil hier, wo das Thor ist, könnte der Stern erscheinen. Meinst du wirklich, ich krieg den jetzt? Na gut. Ist die Frage, auf welchem Feld erscheint der? Ja, dann wirst du drauf landen. Wo ich drauf landen würde. Ja. Okay, dann geh halt nochmal eine Ehrenrunde. Kommst halt nie links an. Habe ich kein Problem. Na gut. Ja, Münchtern sieht auch sehr gut aus für dich. Also du hast bisher schon zwei Sternen. Du bist bisher Schmerz da. Du Creep. Alter. Setzt jetzt teilt er Geld auf. Komm, was? Shots time, Shots time, Shots time. Shots time. Ah, gibt's gar nicht. Ich hasse das. Wir gegen dich. Warte, warte. Warte, muss man im Uhrzeigersinn nur dagegen. Es ist egal. Einfach drehen. Warte. Dreh den nicht so schnell. Dreh am Seil. Guck einfach nur drehen. Ja, weil bei diesen Angel-Spielen muss man immer gegen den Uhrzeiger sein. Ich finde immer all mein Geld. Somit den Stern. Wenn ich jetzt verliere. Die Chance auf meinen Stern liegt jetzt auf der Hand. Wortwörtlich. Ich habe nichts gemacht. Ich werde jetzt zwei ein bisschen Geld verlieren. Allerdings habe ich dann immer noch genug für den Stern. Hat das extra nichts gemacht? Ja. Wie? Ich hoffe nämlich, dass du den jetzt kriegst, dass der Ständer bei mir erscheint und ich den bekomme. Danke. Nett von dir. Du musst trotzdem 20 Tacken mitlegen. Ist okay. Reicht ja noch für den Stern. Ja. Den für Wari und ich. Ach doch jetzt. Aus dem Krieg ich beim Cooper ja eh wieder vier. Äh, futscht zehn. Ja. Nicht auf vier gekommen. Also weil er noch vier gefühlt hat, glaube ich. Aller gemisch schon wieder, wo wir gerade schon hatten. Ach nee, komm schon. Hab da gar keinen Bock drauf. Du hast den Hammer. Ja, ich bin halt der Hammer. Wie du dich bewegst, nimm ein Outfit Hammer. Warum solltest du den Hammer auch wegnehmen? Echt? Was bringt das an, dass ich hier Einzelspieler bin? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Start es ja bitte nochmal. Ah, A muss ich drücken. Okay. Hey. Ey. Ist nicht dein Ernst. Ich hab nichts. Ach Gott. Das ist so lächerlich. Ja, mach auf. Ich hab nichts bekommen, ne? Ich hab auch nur sieben. Ja, damit hast du aber auf jeden Fall schon mal ein Minispiel. Und eigentlich alle drei Bonus-Sterne. Minispiel? Nee. Hä? Wer hat denn öfter gewonnen? Ihr hattet in beiden Malen mit dem Angelspiel, hattet ihr beides Mal mehr Münzen bekommen als ich? Bin das nur ich oder geht die Partie viel schneller vorbei als alle anderen? Jetzt schon letztens die Runden? Jetzt schon die Hälfte? Ja. Krass. Okay, gut. Naja, hab ich nichts gegen. Da könntest du jetzt bitte den Stern holen. Danke. Bitteschön. Ach, danke, Little Tordine. Nächstes Mal stampfe ich nicht auf deinen Kopf. Ähm, okay. Oh, jetzt erscheine bitte bei mir hier, Stern. Ich werde jetzt nach oben erscheinen. Ach, sieh. Ja. Direkt vorm Piechess. Piechess, 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 Piechess. Nichts passiert, kein Bock. Okay. Soll. Ist dir trotzdem jetzt einmal gelandet? Ey, warum denn der? Ich finde es lustig, bisher haben nur die CPUs diesen Block bekommen. Wie noch nicht? Oh, Mario kriegt den. Nee. Oder? Nee, nee. Doch, doch. Das hat nicht genug. Doch. Nein, der hat einen Würfel zu wenig. Oh, das wäre vier Felder. Ja. Tja. Tja, Mario. Nächste Runde einer Einswürfel. Suckst du, Suck. Piech, ach nee. Wer ist mit wem? Kann nicht der Einzelspieler sein? Das wäre cool. Nee, ich glaube Piechess. Piechess, 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 Piechess. Ja, toll. Ja, Steuerung ist klar. Beschissen ist, hier kriegt ihr auch wieder Geld von uns, Junge. Ich finde das so scheiße, Mann. Ich gucke wieder da drum, tanz. Schauen die mal an. Komm schon. Muss man einen Fehler machen, Mann. Macht sie nicht. Warum nicht? Muss man höher stampfen, um mehr Wasser rauszukriegen? Nein. Ist egal, okay. Da kann ich aber spam. Ja, wir auch nicht. Weil der Regen muss auch schon auf die Pflanze gehen. Komm schon. Ja, wir haben verloren. Macht keinen Fehler. Naja, das ist so langweilig. Das ist auch so eine Sache, die gibt es ja in neueren Mario Partys nicht. Es gibt keine normalen Spiele, wo man Geld verliert und dann seinen Gegnern geben muss. Weil dafür gibt es ja die Kampfspiele. Richtig. Die gab es hier noch nicht. Ja, bringt mir jetzt auch nichts mehr. Krass, zumindest noch mal ein bisschen mehr Geld. Oh, Peach könnte gleich bei oben beim Buh landen. Aber es hat ja nicht genug Geld, um Stern zu klauen. Kauft sich halt ein. Ja, so, ja, stimmt. Dann wird sie wahrscheinlich mir klauen, weil ich das meiste Geld habe. Ich meine, sie es überhaupt schafft. Peachy's got it. Wie sie im Beten ist. Oh, 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 oh. So, jetzt bitte noch unten. Yeah. Genau da, wo du gerade warst. Genau, wie wir es bedingt haben. Darauf habe ich nämlich spekuliert. Oh. Well, Kong. Don't. Das ist natürlich wieder... Das macht Pause da oben. Ein ernstzunehmender Konkurrenz. Na gut. Dann will ich mal gerne etwas Geld haschen. Na, wem soll ich das Geld haschen, hm? Was meinst du? Peach. Ach, sorry, du sahst mir irgendwie feminina aus. Sorry. Mit dem langen Bart. Nee, das war eine Lüge. Ich wollte nur dir klauen. Eins. Ach, Mann. Das ist doch so ein Regierer. Das Problem ist, dass wir alle drunter leiden wahrscheinlich. Das ist dämliche Echsenvieh, ey. Ey, warum ist das so oft hier? Sind schon so wenig Felder, weil das Map so klein ist? Ey, jetzt mach keinen Scheiß. Schau uns rein. Das ist trotzdem Schau uns rein. Jetzt wähle einfach dich selber aus. Ja, schon wieder noch eine Ehrenspende an Bowser, damit er sein Palast bauen kann. Schatzstein! Bitte wähle mich nicht aus. Ja, oh mein Gott, das ist wies. Weiß ich. Das ist richtig mies. 20 Dollar an Bowser. Ja, das ist echt sie. Das ist, äh, hier. Ähm, das ist hier, ähm, Schadensgeld. Tja, das ist Assigeld. Hast du ihm so oft an den Schweif gegriffen? Was ist das? So, komm, aber dafür kannst du mir jetzt hier wieder 10 spenden, ja? 10 Entschädigungen, komm, Wario. Du hast es einfach geschafft. Natürlich hat er es geschafft, ey. Er ist auf hart. Bin der bessere Mario, yeah. Tja, Mario. Tja, Mario. KINGY. Wird so Würfeln? Das ist nicht Tosen von Jots. Das kann doch ein bisschen dauern. Sowieso noch hinter dir. Ja, und ich auch, ne? Vergess mich nicht. Oh nein. Okay. Das gibt's ja auch noch. Ja, ich will natürlich auch den Stern. Oh, da wird jetzt jemand noch mal Geld geklaut und ich werd's nicht sein. Wahrscheinlich piech, weil sie erster ist. Ja. Denken immer so. Weil sie das Meister hat. Und weil sie die letzte ist, obwohl sie erster ist. If you know what I mean. Wollte man nach unten gehen? Ne. Niemand geht nach unten. Warum sollte man auch? Da gibt's nichts Schönes. Ich verstehe das nicht. Weiß ich auch nicht, warum man das machen sollte. Super weird, man. Wer hat diesen Blödsinn? Die Sachen. Jetzt bitte ich hier ein bisschen absahnen. Das wäre gut. Bisschen Sahne. Gar nicht schaden. Okay, los. Geld. Hör, 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 hör. Yes, ich hab einen Sack. Klar, und bei mir ist natürlich nix drum. Das war's schon? Soll ich drei bekommen. Ich hab auf jeden Fall fünf Cent wegen dem Münzsack. Fünf, toll. Dein Peach, 20. Mike, allein deshalb kann ich die Mini-Spiel... Oh. Nice. Was sollst du sagen? Äh, allein deshalb kann ich den Mini-Spiel-Stern nicht haben. Weil guck mal, Peach hat allein in dem Spiel jetzt schon 20 gekriegt. Ja, okay, das stimmt schon. Weiß ich nicht, Mann. Ich heiße es wirklich nicht. Ja, den kriegst du auf jeden Fall den Stern. Ich lass ihn dir. Ich glaub, ich geh woanders hin. Ja. Ich glaub, das kann ich sowieso nicht mehr aufholen. Ja, guck. Siehste, bringt nichts. Selbst mit der 10 hätte das nicht funktioniert. Nee. Da wär ich auch woanders angegangen, ganz ehrlich. Hä, was wird er da? Zum Buh? Oh ja, das Geld! Nein. Ey, der wartet jetzt eine Runde... Alter, das ist... Ach, Jurke! Nein, mal recht nicht. Schau's time, Mario. Da schicken wir wieder ein Stern. Noch mal Schatz. Time, ja. Das macht richtig Spaß. Das ist doch jetzt die Entschädigung hier. Ja, 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 ja. Peach Moos was mit diesem Charakter. Trader Mario. Ja, ja. Von rechts nach links, bitte. Oh. Ja, nämlich gerne. Ja, das ist okay. Danke Mario. Guck mal, was ein Ehrenmann, oder? Das macht der immer bei mir, der... Der wagt dich. Hä? Jetzt kannst du dir... Jetzt kannst du dir... Jetzt kannst du dir... Na, nee, kannst du nicht. Du bist jetzt beim Stern. Nee, ich kann mir jetzt beim Stern kaufen. Ja, leider nur das... Skateboard Fieber. Och nee. Habe ich letztens einmal gewonnen in Mario Party 2. Och, man. Aber hier ist es ja noch ein bisschen anders. Hier ist ein anderer Parkour. Was muss ich machen? B Spam. Okay. Aber das hier finde ich besser als in Mario Party 2. Auch wenn wir letztens die Mario Party 2-Version gespielt haben. Ich finde das hier besser. Was ist mit der Grafik los? Hast du das gesehen? Ich muss kurz neu laden. Oh, alter. Das war richtig kacke von mir. Hä? Ich bin noch gesprungen. Scheinbar nicht. Oh, zack! Nein! Oh, das habe ich verloren jetzt. Toll. Na, was? Tja, gegen meinen Drücken kommen halt nicht an, ne? Weißt du, warum ich verloren habe? Weil ich dagegen gekommen bin, ganz kurz. Ich bin zwei oder drei mal gegen den Steinblock. Gegen so einen Steinblock bin ich kurz gekommen, deshalb habe ich verloren. Ja, bestimmt. Aber das ist doch kacke in Mario Party 1, das Minigame. Ja, man kann da viel zu einfach aufholen. Ich mag nur... Ich bin bestimmt immer gegen drei Stein oder so gestoßen. Ich habe trotzdem aufgeholt. Guck mal, wie viel freaking Geld du jetzt damit gewonnen hast. Oh, jetzt klaut er mir den Stern. Oh, weil du zwei Cent mehr hast als ich. Ja. Wo ist er? Wo ist er links? Links? Ja, da kann ich hin. Ich glaube, das mache ich. Das Geld dafür. Theoretisch... Aber was macht Peachy? Ja, okay. Dann hättet ihr euch den kaufen können. Naja. Ah, das muss ich zahlen. Theoretisch hätte ich überlegen können und denken können, gut, vielleicht sage ich Nein zum Stern und drehe nochmal eine Runde, aber ihr seid ja noch da. Schmeckt! Mit der Zahl hättest du ihn dann bekommen. Schmeckt! So, oben muss ich nichts zahlen zum Glück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei... Alter, als ob du das echt machst. Bisschen Spaß. Bisschen Party. Schatz Time. Schatz Time. Schatz Time. Schatz Time. Schatz Time Time. So, wen wollen wir denn mal auswählen? Warte, ich mach das Mittlere, dann will ich niemanden hier targette. Das wollte ich nicht, es ist egal, komm Komm mir Ach man, man Ich wollte Münzenwechseln auswählen Scheinbar habe ich es verpasst Ich dachte, ich hätte es mir gemerkt Scheinbar nicht Ach, das ist gut Jetzt hat sie den Münzstern Ich habe dir sogar damit geholfen Wenn Vario jetzt intelligent ist Siehst du, ich habe dir damit geholfen Ja, das hast du sehr gut gemacht Und das waren 30 Münzen, ich dafür auszahlen musste Du hast bisher trotzdem gewonnen Du hast immer noch den Ereignisstern Mindestens, mindestens den hast du Also hast du zwei Münzstern hat Peaches, glaube ich Ja, und Minispielstern wissen wir noch nicht Können mehrere haben jetzt Oh, das ist geil Ich liebe das Minigame Das ist geil Naja, und hier sind sie auch noch ein bisschen anders Spammer A Wie lustig Hier musst du aber genau zielen Das ist echt schwierig Das geht ja noch Worüber bin ich? Da steht Hä, ist doch irgendwas? Ich sehe nichts mehr Ich glaube, das war's Keine Ahnung Mal schauen 0,90 Aber du warst besser Ich habe schon gesagt, so hä, fehlt auch irgendwas Weißt du, warum ich keine 100 habe? Weil ich auszusehen nach unten das Kiefercode angefasst habe Oh Wahrscheinlich deswegen Könnte ich mir vorstellen Schöner CGI-Background, oder? So richtig Donkey Kong-like So, letzten fünf Runden Jetzt verkünden wir, wer hier noch von uns gecheatet bekommen wird Ja, Mann Ey, yo, geil Peach, ey Peach, die Alte Die hat leider ganz viel verloren Und deshalb möchten wir ihr helfen Oh nein Glaubst du, Peach wird noch gewinnen? Naja Ja Als den Stern holt sie sich jetzt Oh, bitte landet sie nicht auf den Guru Oh, sie landet auf Fragezeichen Oh, das könnte Konfiguranz werden Mit dem Fragezeichen-Feld Ja, ich bin dreimal drauf gelandet Ja, bisher am Meister Aber sie ist auch schon mal Ist sie nicht auch schon mal einmal drauf gelandet? Dann hat sie jetzt vielleicht das zweite Mal Peachy, Gotty Ja, stimmt Das war Peach Ja, dann hat sie jetzt zweimal Wo ist er links? Ah, jetzt ist er bei Bowser Jetzt gibt es einen Grund, da durchzugehen Ja, wie bescheuert ist denn dieser Spawn? Keine Ahnung, da kommt niemand mehr hin von uns Musst du doch denn erstmal 30 Münzen oder so bezahlen Und dann nochmal 20 für den Stern Ja, keine Ahnung Ja, und sie kommt da einfach an Nee, doch nicht Nein, sie darf doch eh nicht Ah, ich dachte schon Das hat sie ja 50 Münzen Was ist denn das für eine dämliche Keine 2-Spiel Cool, okay Yo Yoshi, was geht ab? Soll ich mich da mal jemanden was beklauen? Ja Pff Alter Ich bin nur NPC Ich klau nur, wer erster ist Kurz war sowieso nicht so viel Na, willst du Bowser ein bisschen Geld geben? Ja Hab ihn ja lieb Ne, Bowie Ich hab dich doch lieb Äh, okay, so sehr mag ich dich aber nicht Sonst muss ich mir dein Geld geben Hä? Loll Was ist denn? Guck, alter, legendäre Das ist ein mystisches Geheimnis Ein vergoldener Bowser-Statue Ich gebe sie nur für 0,10 Münzen 10 Münzen, das geht ja noch Haha, die Statue ist absolut nutzlos Häh, nein, ich höre ich mir auf Die ist voll cool Die ist holzgeschnützt, die ist cool Aber warum hast du jetzt nur vier Münzen verloren? Also das geht ja eigentlich Stimmt Eigentlich gar nichts Witzlos Seid ihr auf dem gleichen Feld? Passiert nichts, okay Och nee, Mann Muss net sein, oder? Das ist aber ein schicker Schiff Warum haben die einen Greenscreen, diese Äh Diese Vögel Das merk ich erst jetzt Lol, stimmt Haha Wow, wow Nein Warum spring ich? Äh Äh Okay, ciao Peach Ja okay, alle außer Peach Kann ich mit leben Zehnerle Für jeden Alle einen Stern, merk ich Ja Ah, interesting Boah, jetzt gibt er 20 Eieieie Man kriegt da einfach 20 geschenkt Das ist so viel Jetzt hast du aber auf jeden Fall wieder den Münzstern Das heißt, egal was ich jetzt mache Du hast gewonnen Aktuell Das einzige, was dich noch auffallen könnte Wäre ein Boo, der dir einen Stern klaut Das war es, sonst hast du gewonnen Ganz oben zum Stern Gernes Einzelspieler Da kann man dann 10 Münzen gewinnen So, das bringt mir aber halt in dem Fall nix Weil du sowieso schon Geld hast Ich habe ihr schon 10 Münzen bezahlt, um den Typen zu bezahlen Okay, keine 1 Keine 1 Danke Little Dodi Yeah Danke Yoshi, du bist mein Dreierkunde Was auch jetzt spawnt der Stern oben Jetzt Pass auf, ihr spawnt am Spawn irgendwo Irgendwo unten rechts Oh Oh, den könntest du kriegen Mit ganz viel Glück, ja Was sehr schlecht wäre, wenn du den kriegen würdest Stand tot auf einem Ausgutzeichenfeld? Kann sein Oh, Peach ist aber nah dran am Münzstern Weshalb? Ach nee, ist das nicht das mit dem Boo? Ja, ist es Langweilig, langweilig, langweilig Ganz Partie ist langweilig Aber das Video natürlich nicht Wir machen es unterhaltsam Ich werde jetzt nicht auf die Münzen von allen geachtet, ne? Also mir persönlich würde es eigentlich nichts bringen, jetzt zu gewinnen Zu verlieren? Ja Och, Frau Ja, Boohoo Was zum... Ja, Grisor ist abgezapft Ja, schade eigentlich niemanden jetzt so wirklich Weiter an der Situation ist auch nicht so viel geändert Jo, jetzt bitte keine 3 Danke Ach, schade Nächste Runde bitte keine 1 Ja, oh Hat Geld gekauft Schon das dritte Mal, dass du den kriegst, Alter Echt? Ja Ich meine das zweite Mal Ah, nee, das wird x-mal mit dem Münzstern für sie Du hast Glück Du brauchst jetzt zwei Bonussterne Was? Ich habe in Mario Party 1 Glück? Ja Tatsache Irgendwas geht dir nicht mit rechten Dingen zu Wie, der Spiel verarscht mich diesmal nicht Was? Das... Das kann nur viel nicht sein Boah Darf ich nicht mal drüber landen Nächste Runde Einzig Einfach zu viel Ich mache Platz So viel Cash Na komm Ach, schade Fahren wäre aber geil gewesen Jetzt komplett defensiv spielen Ach, nee Ich gehe aggressiv Ich brauche Geld Ich bin pleite Eine Minute? Komm, komm Okay Ein Cent nur? Ja Haha Habe ich dich Ein Cent hast du Habe ich dich geklaut Ja, ich bin böser Bursche Ach, meiner war meiner Das wäre meiner gewesen Wario Ich sagte Ich sagte Nein Ja, natürlich Nimmst du mir 5 auf einmal Hä? Was ist für eine Hitbox, man? Habe ich für alles verloren Ja, ach komm Ich kann nicht mal was formulieren Du weißt richtig gut aus, ne? Ja, okay Habe ich ja 5 verloren, Alter Ja Ja Ja, klar Noch ein Münchner Ey Warte, habe ich damit Den Münchnern Oh, bitte, 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 bitte Oh Yes Den hast du nicht mehr Oder hattest du schon mal 90? Mö Nee Geil Okay Wem Warum mir? Achso, weil ich 2 habe Okay, ja gut Erstens, weil du erster bist Zweitens, weil du mir So viel Geld geklaut hast Hahaha Ich habe gesagt Ich merke mir das Erhaltende Sterne Hast du 3 mit Niemand kann dich mehr aufholen Peach, könnt ihr noch einen von dir klauen? Sondern hätte sie gewonnen Oh, den kriege ich auch Alter Alter Das ist so witzlos Ja, komm Aber dann rumheulen Nee, Mary Party Heißt du so kacke Oder gewinnt er Das ist beim Witzig immer so Er war halt immer erst mal rum Ist doch Ist doch auch kacke Was habe ich dafür bitte getan? Oh, Mann, ey Ja, nee Kriegst du auch noch Ich habe kein Geld Ja, dann ist es jetzt Direkt drauf Tja, sorry Mario Wenn du kein Cash hast Dann kann ich dir auch nichts schenken Also Hallo Der lässt dich gerade gewinnen Was ist hier Plan? Oh, Willi, wo geht's hier einfach rum? Chance beim vielleicht Meinster Könnte ich mir vorstellen, was in der letzten Runde noch passiert Komm Ja, aber oben sind auch Fragezeichen Okay, schön So, 50 Münzen Mützi Weiß, was das bedeutet Ich weiß nämlich nicht Ah, voll ich mein ganzes Geld Was ich gerade gewonnen habe Verliere ich alles Nur um durchzukommen Alter, Merck, warum machst du das? Weil ich dumm bin Wo ich mal Fragezeichen zu landen Bringt mir nichts Du landest ja gar nicht auf Ausrufezeichen, Alter Ich dachte, du landest auf Chance Time Nein, ich würde darauf landen Guck, ich bin auf den letzten Okay Das ist gut Jetzt muss ich alles haben Wenn jetzt Yoshi Kopf Und dann fallen nach rechts Und dann rechts irgendein anderer Typ Mit ganz viel Geld Zum Beispiel jemand, der nicht du ist Dann wäre geil Bitte Das wäre geil Das wäre echt geil Das ist aber nicht so geil Das gefällt mir nicht Egal was jetzt auch kommen soll Das gefällt mir nicht Das gefällt mir überhaupt nicht Mario ist so ein sozialer Typ Der schenkt mir alles hier Ey, das ist dein neuer Bruder Er möchte Luigi ersetzen in deinem Leben Die Sache ist, der macht das halt immer bei mir Ich weiß auch nicht wieso Können wir auch rumrollen Weil er dir hilft Jetzt passt aus Jetzt würfelst du nächste Runde ne 1 Und dann müssen wir Sterne tauschen Oh, das war so geil Das war meine einzige Hoffnung Das war meine einzige Hoffnung Oh, das Das exakt gleiche Feld Das ist ein anderes Spiel Da musst du jetzt Münzen sammeln Und die Hälfte der Münzen, die du jetzt sammelst Kannst du dann behalten Ja, aber es ist die gleiche Map Ja Achso Danke Ey Nein Alter Ey, ich geh auch Das ist meins Ja Acht Das reicht nicht Letzte Runde Raus gewonnen Man soll die zu früh sprechen Ne Das ist jetzt zu spät Du hast gewonnen Es gibt nichts, wie du jetzt noch gewinnen kannst Wie du jetzt noch verlieren kannst Eine 1 Ja, als ob ich Glück habe und eine 1 würfe Ist klar Ich kann aber noch das Geld klauen Ne, dann klaust du lieber von Peach Komm, bin ich so nett Ihren Mann Oh, wo ich die Freude gestern geklaut habe Oh, danke Peach Selbst wenn ich alle drei Bonus-Schelle gehabt hätte Das ist knapp gewesen Bring mir das was? Wenn du spielst, kannst du 10 Münzen gewinnen Just for fun Warum nicht? Kann ich auch Geld verlieren? Gedächtnis-Training Was ist das denn? Kann ich auch Geld verlieren? Ich weiß es gerade gar nicht Ich glaube nicht Das Memo Ja, einfach Glück haben Meiste Zeit schaffe ich das Meim Das Meim Das Meim Das Meim Das Meim So, Blume Pils Bauer Blume Blume Panzer Panzer Ja, genau Das hat man's Skill One-Up Pilz Da schau ich nicht mehr Warum macht er nichts? Muss da runter gehen Muss ich alle haben dafür, um das zu schaffen? Nein, du kriegst das fast zu gesammelt heute Oh, 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 oh Wäre ich nicht drauf rumgestanden, hätte ich's vielleicht geschafft, aber ich wusste nicht, dass das, ich dachte, das geht in einer Zeit weg, aber nein, das geht nur weg, wenn ich das nächste schon mal aufmache Wusste ich nicht Okay, Partie vorbei Was Mario macht, juckt nicht niemand Das juckt niemanden mehr Aber es gibt trotzdem noch ein Bonus-Mini-Spiel, weil wir so nett waren Fahnen wir machen Ich will das ausschneiden Äh, was war das? Ich vergesse Oh Gott Oh Gott Weißt du was? Weißt du was, Mützi? Oh, was mach ich? Ja, komm, kann ich gleich in den Penis nehmen Weißt du was, Mützi? Weißt du was? Weißt du was? Tja, ich hab echt keinen Bock mehr Du musst aber was zensieren bei mir Hä? Oh, ich seh's erst nicht Daran sieht man, dass wir beide keinen Bock mehr haben auf diese Partie Komm, du hast gewonnen Ist vorbei Die Map spiel ich nie wieder Und gut ist Das ist wirklich eine der schlechtesten malere Partymaps, die ich je gespielt habe Fangen wir an mit dem Spiel, Stern den hat Peach Oh Tatsache Hm Kommen wir nun zum Münzstern, den hat auch Peach Yay Warte, wie hast du jetzt? Drei? Den Ereignisstern Der geht allerdings an Mario Hätte Peach noch ein Ereignisfeld getroffen, hätte sie jetzt gewonnen, ne? Ne, dann wären wir gleich aufgewiesen und ich hätte trotzdem einen Stern mehr als sie Echt? Ja Hm Oh, wer hat nur gewonnen Damit ist der verdiente Superheld Mario Witzig, hat mal die Betrugsparty gewonnen Oho Wo geht der hin? Oh Er geht doch weg Oh 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 meine Gott Oh, Bananana! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! So ein Mist! So ein Mist! Okay, genaue Ergebnisse! Okay! Voll schlecht, da war ich der Schlechteste, Alter! Mindestens hat sie sich dann 96! Ja! Guck mal, wie viel auf Bowser jetzt war! 3, 2, 1, 0! Perfekt! Alter, siebenmal Bowser! Ne, sechsmal! Sechsmal Bowser, das ist krank! Ja, ja! So, wie viele? Von unseren Sternen nur! Ja, das ist dumm! Ja, in Mario Party 1 ist das so! Was soll's! Das ist doch gut, da ich 5 Sterne geholt habe für die Bank! Ja, das ist doch schön! Dann brauchen wir weniger Betrug-Partyspielen! Was ist das? Jetzt irgendwie den Mario Hintergrund! Ja, stimmt! Das ist nicht das... Das sieht so bootlegig aus! Ohne Witz! Mario sieht so komplett weird aus! Das ist so ein Bootleg Mario 64! Ja, der schielt so komisch, Alter! Was haben sie mit dem gemacht, ey! Guck mal, Ware der Arme! Obwohl er sie so geholfen hat! So ein Mist! Okay, gehen wir noch ein paar Items kaufen! Oder? So, ja! Haben wir nicht jetzt richtig viel Geld? Nein! Pfff! Überhaupt nicht! Warum haben wir so wenig? Ich kann den Minusblock kaufen! Nee! Den Bremsblock? Nee! Der ist eigentlich ganz geil! Nee! Doch, den finde ich eigentlich ganz geil, den Bremsblock! Was meinst du? Oder ich kann auch sparen! Ich war doch lieber auf die Zinsbox! Auf die Zinsbox? Du kriegst mit etwa rund 10% mehr Geld! Ja! Ich hätt zwar jetzt den hier geholt, aber wenn du meinst, das wüschtest du nicht, dann... Dann halt nicht! Oh, das war auch so! Oh, oh, oh! Hat noch niemand gewusst! Erbandet! Er ist gewandet! Gewandet! Hm!